Das ist unser neues High Power 5-45x56 in dem Neufahrszoom. Wir haben diese Zielform mit einer Parallaxeverstellung von 30 Meter bis unendlich. Eine beleuchtete Absehen haben wir drin mit verschiedenen Ziehmärken, die beleuchtet werden. Höhen- und Seitenverstellung sehr flach gehalten. Ein Double-Turn mit Indikator für die zweite Umdrehung, ausgestattet in dem Höhenturm mit MTC und hat einen Verstellbereich im Zentimeterbereich bis 260 Klicks, also 260 Zentimeter. Den Seitenturm plus minus 60 Zentimeter mit Kappe, kann draufgeschraubt werden, damit nichts verstellt wird. Dioptrienbereich runter auf minus 3 bis plus 2. Seefelder haben wir zwischen 7,80 Meter und 0,9 Meter auf der großen Vergrößerung. Also das Produkt wurde speziell für den taktischen Bereich ausgelegt, ist aber auch durchaus jagdlich zu gebrauchen für die Parallaxeverstellung. Durch die flachen Türme, dass man auch noch schön über das Zivonrad rübersehen kann. Und durch den P4-Fallen kann man ja auch durchaus noch jagdlich die ein oder andere gute Anwendung finden. Wasserdichtigkeit bis 3 Meter, optional runter bis 26 Meter. Temperaturbeständigkeiten würden auch machbar sein bis minus 40 Grad bei diesem Glas. Naches Untertitelung des ZDF, 2020